Man möchte am liebsten Blockbuster finden, weil man mit so ganz ausgezeichneten, seltenen Innovationen oder exzellenten Leistungen quasi wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Jetzt versuchen die meisten Unternehmen, auch Berater, einen Prozess zu erfinden, wie man planmäßig an solche Milliarden ranbaggert, also praktisch so eine Art Bergbau zu finden. Ja, und das glaube ich nicht, dass das so richtig geht. Also praktisch, man hat so einen Prozess, man setzt sich hin, macht Brainstorming-Aktionen, schreibt Ideen auf, sortiert, guckt nach, ob die Gewinn haben werden und so weiter. Und diese Prozesse vergessen, dass man, um so richtige Höchstleistungen zu bringen, so ein gewisses Gefühl für absolute Schönheit, Kundenzufriedenheit, für Vortrefflichkeit, also Griechen haben ein Wort dafür, das heißt auf Deutsch Vortrefflichkeit. Auf griechisch Arete oder Arete, gibt es mehrere Aussprachen, Areti, Areta. Das ist der innerste Kern der Exzellenz, also dass ein Ding genau so ist, dass jeder Mensch sieht, das ist es. Die Unternehmensprozesse sind eigentlich, die versuchen immer zu erfassen, worin die Schönheit eines iPads, eines Harry Potter oder von Nutella besteht, das in Listen zu beschreiben und dann reproduzierbare Mechanismen zu finden, wie man das neu macht und dann gewinnt man die Milliarde. Und das ist so ein verbreiteter Irrglaube. Also entweder ist es ein Irrglaube oder es ist eine gewisse Hilflosigkeit, weil man sieht, dass Leute ganz was Exzellentes da draußen hinkriegen, sowas wie Harry Potter schreiben, eine Milliarde da machen und dann fängt man an, vor Hilflosigkeit zu definieren, welche Elemente hat ein Bestseller in den letzten drei Jahren gehabt. Und dann stellt man fest, da muss was mit Zauberern zu tun gehabt haben, am besten mit Vampiren oder verfilmt sein und so weiter. Und dann fangen sie nach diesen Kriterien an, Innovationen zu bauen, aber mit Leuten, die nicht verstehen, was Vortrefflichkeit eigentlich ist. Und da versandet einfach alles aus prinzipiellen Gründen, weil die Leute methodisch etwas anfangen, was eigentlich sowas wie genial gemacht werden muss. Und dann sind es wieder zu allen lesen. Vielen Dank.